So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von DC Origins. Ich bin's wieder, Endfighter, spiele gerade mit dem Jakob. Der hat sich gerade gemütet, weil er kurz weg ist. Und nach gut zwei, drei Stunden Spielzeit habe ich jetzt den Ural repariert, zwar mit einer 20% Engine, weil ich habe keine Engine gefunden. Wir sind alle draufgegangen, immer abwechselnd, haben es aber dann trotzdem geschafft. Jakob wurde in der Stadt da hinter mir von der DMR gekillt. Ich warte jetzt, bis der Jakob spawnt und dann schauen wir, dass wir ein bisschen abgelegen den Ort fahren und dort eine Engine suchen, das Teil reparieren und irgendwo sich abstellen. Jo, so ist der Plan. Jakob, wenn du wieder da bist, kannst du dich entmuten. Entmuten, äh, entmuten. Hi. Hi. Jo. Jakob ist wieder da, juhu. Ja. Yay. Alter, ist das gestaffnet. Übrigens, ich habe das Auto fertig gemacht. Ich habe es fertig gemacht, die haben es doch gesehen. Ne, Spaß. Ich bin direkt in Mitrovic. Nice. Auch was zu trinken. Da habe ich ja was. Wo lagen so viele Waffen, hast du gesagt? Wie die Waffen? Achso, in der, äh, in der Stadt neben Mitrovic. Mit Feuerwaffe, oder wie? Äh, ja. Aber bist du in der Stadt daneben? Ne. Äh, dann komm auf die Hauptstraße, Richtung Biograd oder Belgrad. Ja, bin dabei. Belgrad übrigens. Ja, in Echtheits ist Belgrad oder Biograd oder... Biograd, wenn es in Kroatien ist. Wenn es in Kroatien ist. Ich sage einfach Biograd, Belgrad. Biograd, äh, oder Belgrad. Biograd hört sich Kroat an. Biograd am Meer, das ist in Kroatien. Ja... going to go. Yolo. Ja, ja. Endlich mal wieder ein Auto in Daisy. Ey, ich weiß gar nicht wie lange ich kein Auto mehr in Daisy selbst repariert habe. Du hast es ja auch nicht selbst repariert. Ja. Ey. Du bist hier gestorben. Die Story habe ich schon erzählt. Unser Arbeit habe ich gemacht. ich habe ich habe den den autoreifen habe ich mitgebracht ohne den hat man nicht fahren können wenn jetzt gleich direkt im microviz du bist du noch mal kurz im klackenhaus solchen mit reinfahren das nicht brauche ich übrigens mal wieder machst du das am besten geschossen glaube ich ja ja auf mich geschossen ich habe einen schuss gehört er ist vom auf dem berg ist er das war von ak hat mich ziemlich hart getroffen ziemlich hart wir kommen jetzt hier raus wo raus aus dem krankenhaus zum krankenhaus mich schießt er auswählen wohin treten ehrlich jetzt auch hier raus sondern ich bin ja sogar war von so weit weg ohne mist bandagen wir haben keine bandage mehr what the fuck jolo oder schießt auf mich hat es ist ja noch ja du bist schlecht und du behinderter trifft er oh mein gott denn hart weg könnte schnell mal durch industrie rennen da ist ja aber da ist der typ wo ist denn der typ wenn ich eine waffe finden um den zu kriegen komm jacob komm jetzt einfach zu moralen wir fahren weg erst mal weg kommen man warum bist du nicht direkt auf die straße einfach gerannt weil ich draußen wurde du warst ja direkt in der stadt du bist ja in die stadt gerannt warum bist du nicht auf die autobahn gerannt ich hole dich ab wir fahren weg was so auch ich habe gehört ich so ein bisschen cover bevor ich immer getötet werden aber naja jetzt nicht getötet werden sofort wieder ja ich habe mich gut geschossen aber scheiß trotzdem würde ich empfehlen jetzt zu kommen wir können das ganze zeit auch in einer anderen stadt suchen jaja machen wir keinen stress jetzt ja ja am ende sind wir dann tot oh das hat man schon oft mhm sehr oft sogar ich laufe jetzt in deine richtung ich stehe direkt auf der straße fahren wir wieder richtung bildgrad oder richtung in die andere richtung du wissen brauchen wir einen engine so ich muss dann aufmachen aufmachen wie aufmachen ja mit der sie es ist schon zehn vor acht wo wir das auto abstellen wir suchen uns ein plätzchen aus und tun alle reifen abbauen ok wo stehst du denn richtung also in richtung bildgrad ja dann laufe ich zu dir ich laufe auf der hauptstraße entlang ich sehe dich soll ich entgegen fahren äh ja oder ja wo bist du du bist da warte ich komm siehst mich wirklich ja hinter dir ist noch ein spiel ne ist ein zombie ok what the fuck ach ja angst ja naja es wird hell ja ja endlich haben wir mal ein auto ja 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 wo ist die toolbox denn die tun war ja die habe ich in meinem rucksack getan ok erstmal weg aus Mitrovitz ja ne alte leiche hatte dieses scheiß g36 magazine hm wir können auch zum repair station fahren wenn du willst wegen der engine wir sind sonst komplett grün du fährst ja grad aber grad aufs zug ja irgendwo muss man ja unser ding äh verstecken ja und direkt neben der repair station reifen abbauen direkt neben der repair station ey könnten wir so reifen theoretisch klonen lol das wär mal voll die idee ey oder engine könnten wir ja klonen das wär echt voll die idee wär echt voll die idee ja 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 Okay, ist in Ordnung. Ich habe konstant 30 Frames bei der Aufnahme. Auf hohen Grafikeinstellungen passt eigentlich. Das ist ein Lastwagen. Willst du da vielleicht mal gucken, ob die Engine in Ordnung ist? Ja, nein. Lass mich mal raus. Ja, ich fahr zurück. Oh. Oh Gott. Ich wunderte mich irgendwie, dass da bei beiden nur ein Reifen fehlt. Wir haben ja noch ein Reifen, gell? Nee, den habe ich... Ich habe alle angebaut. Komm, einer ist nur im Auto, einer ist nur im Auto. Landstoff? Ja. Nee. Keiner mehr. Äh, doch habe ich doch geguckt. Was ist die Fronttreiber eigentlich? Könnte ich eigentlich mal reparieren? Ja, da ist ja halt orange, die Engine. Beinen Reifen fehlt nur. Ich könnte theoretisch versuchen, ein Reifen von mir abzubauen, dann haben wir zwei Autos, aber für was? Ja, halt haben wir zwei Autos. Wollt, soll ich? Ja, ich muss das machen. Oder lass mich das machen. Ich brauche eh noch ein Toolbox. Toolbox ist in meinem Rucksack. Da ist doch noch ein Carwheel drin, du Depp. Ich jetzt? Aber keine Toolbox. Da muss eine Toolbox. Da ist so eine Toolbox drin. Äh, nee. Aber kein Carwheel. Hä? Mir hat ein Carwheel angezeigt. Äh, warum liegt da jetzt in die Enfield-Mac da? Das habe ich runtergeschmissen, der liegt. Fuck, ich glaube, das ist ein bisschen verpackt. Bei mir ist auch noch ein Carwheel im Auto. Bei mir ist keins im Auto. Jakob. Reize seit 15 Minuten kommen wir auch nicht ab. Scheiß auf das Auto. Warte mal, wenn ich jetzt... Warte mal kurz. Ey, lass mich mal fahren. Jetzt kann ich nicht einsteigen, Mongo. Alter, hör auf! Mach gar nichts. Ähm, ich tue jetzt mal die Toolbox reinlegen. Guckst du mal, ob die jetzt reinkommt? Jetzt. Warte. Ja. Der Reifen ist jetzt weg. Nee, da ist immer noch ein Reifen drin. Dann Tool mal rausnehmen, vielleicht. Nicht. Direkt unter dem Campingtent ist der bei mir. Bei mir ist doch kein Umsterdienst. Jetzt hast du das Campingtent mitgenommen. Und das Carwheel. Und dann drunter Zementmixer, Gemlight, CodeLock. Ja, keine Ahnung. Ja, ich will das scheiß Carwheel dann haben. Wo soll ich's denn verstecken? Ja, das ist die Frage. Ich hätte ne Idee, wenn du mich lotsen kannst. Kommt jetzt direkt erstmal Pranipor? Oder kommt da vorne raus? Nee, Pranipor. Dann müssen wir zu dem See da irgendwo. Vielleicht bei uns in Novitoir, weißt du? Oh, nee, das ist... Ja, da muss jetzt links. Ja, komm, lass den schnell durch Pranipor nochmal durchfahren. Oder? Ja, wie du willst. Wenn wir durchfahren, können wir auch an der Station anhalten. Meinst du, das ist safe? Safe ist hier gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir das Teil dann verlieren. Ja, ich würd mich nicht wundern. Aber die Gefahr, dass wenn wir ausgelockt sind, das, was dann verlieren, ist genauso groß. Aber Problem ist, wenn wir das reparieren lassen, können wir die Reifen nicht abbauen. Warum denn nicht? Das ist doch dieser Bug. Kannst du nichts mehr abbauen, oder? Das kenn ich nicht. Also, ist mir nicht bekannt. Das hat der Marcel mal erwähnt, keine Ahnung, ob das stimmt. Oh Gott. Also, das ist voll lächerlich, dass hier überall, dass wir das nochmal neu gemacht haben, und jetzt überall neue Fahrzeuge rumstehen, alle mit Reifen und so weiter, und dann bin ich voll... Das sind auch Zombies und Spiele-Action gucken, ne? Ja, ja. Zombie, ich seh schon mal keine. Dr. Wacker, ein noch. Wir mussten jetzt langfahren. Ja, bleib, lass mich mal raus. Lass mich mal raus, bitte. Nee, 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 nee. Ich will in die Tankstelle gucken. Da ist zunächst gespawnt, Mann. Wollen wir nicht? Nee, du musst doch 100 Meter bis... Bleib drin. Du musst doch irgendwie 100 Meter davon weg sein, oder so. Ich will trotzdem eigentlich immer ein kurzer Haus. Fieber sehen können wir nicht. Und jetzt? Ja? Irgendwo müssen wir doch abbiegen. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Die letzte erst. WTF? Bei mir war gar nicht das Haus weg. Bei mir auch. Hier? Nee. Allerletzte. Aber lass mich jetzt mal hier kurz raus. Nicht, dass wir beide rausgeschossen werden. Ja. Ja. Kannst du mal gucken, weil da ist der Police Station und der, äh... Ja, mach ich schon. Ich schon. Okay, da ist das Kantenhaus offen. Ja, das heißt nix. Okay, es repaert irgendwie nicht. Ja, vielleicht ist es gefixt ohne Scheiß. Na, das wäre immer richtig assi. Danke. Ja.